Du hast mehr Spass, mehr Freude und andere Ergebnisse als eben Menschen, die davon nichts wissen. Und dann bist du auf dieser Welle, die du so gerne hast. Es geht leicht, es geht fliessend. Zum Beispiel in der Mitarbeiterfindung oder Mitarbeiterführung oder im Management, im Vertrieb, im Verkauf oder im Marketing, in der Führungsstruktur, in all deinen Themen zum Thema Business. Und welche Dinge sind in deinem Business genau gleich wie zum Beispiel beim Skifahren oder beim Snowboarden oder beim Windsurfen? Drei ganz entscheidende, wesentliche Dinge kannst du bei all diesen Dingen ganz genau gleich einsetzen. Und dann läuft es und dann fließt es und dann bist du in einem Flow. Es geht fast schon vollautomatisch. Du hast mehr Spass, mehr Freude und andere Ergebnisse als eben Menschen, die davon nichts wissen. Der erste Punkt. Man muss natürlich wissen, wie es funktioniert. Ich muss wissen, wie das Skifahren geht. Ich muss ein bisschen üben. Ich muss es halt können. Skifahren muss man halt üben. Im Unternehmertum genau das Gleiche. Beim Snowboarden ebenfalls. Der zweite Punkt, wichtiger Punkt. Scheiß dir nichts, passiert dir nichts. Einfach machen. Einfach los. Scheiß dir nichts. Wird schon schief gehen. Beim Skifahren entsteht genau da der Spass. Scheiß dir nichts, passiert dir nichts. Im Unternehmertum. Versuch einfach mal, out of the box Dinge zu tun. Dich zu trauen. Auch wenn andere sagen, nein, das wird nie funktionieren. Mach einfach. Und der dritte Punkt. Wenn du weißt, wie es funktioniert. Wenn du das Prinzip scheiß dir nichts, passiert dir nichts. Du hast keine Angst. Dann kannst du den dritten Punkt dazu nehmen. Du setzt genau die richtigen Impulse am Punkt. Beim Skifahren zum Beispiel weißt du genau, Talski belasten. Du weißt genau wann. Dann macht der Ski alles für dich. Du bist einfach dabei und hast Spaß. Beim Snowboarden im Tiefschnee genau dasselbe. Du weißt, wie es geht. Beim Windsurfen auch. Bei der Mitarbeitergewinnung, bei der Mitarbeiterführung, in der Führungsstruktur, im Vertrieb, Marketing, genau dasselbe. Du weißt, welche Impulse zu setzen sind und dann bist du auf dieser Welle, die du so gerne hast. Es geht leicht. Es geht fliessend. Und genau das wünsche ich dir. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne. Bis bald.